Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Longboard 2. Jo, wir machen sofort weiter und scannen drauf los, da eins unserer Teams noch draußen ist. Naja, wird noch ein bisschen dauern. Aber gut, Gesichtslosenautopsie ist bald durch. Genau, jetzt. Sind sie eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gen-Technologie? Hm, klasse-basierte Sprengsätze, also machen wir mal die Mewton-Autopsie. Central Officer Bradford persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Mewton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Keine Panik, Taigen. Das gibt sich alles wieder. Das gibt sich alles. Obwohl ich beim Prozess der Chip-Entwicklung mehr theoretisch involviert war, fühle ich mich dennoch verantwortlich. Ist gut, Taigen. Ist gut. Ausbildung ist gleich durch. Sehr schön. Ähm, blitzschnelle Hände hast du damit. Damit sollten wir dir eventuell mal eine Pistole mitgeben. Du bist ein Techniker, alles klar. CR. Lass doch mal die Splittergranate daheim. Nimm die Laserpistole mit. Äh, und dann bilden wir gleich den nächsten aus. Ja, Volltreffer für Vincent. Sollte nicht schaden. Und weiter. 100% erreicht. Vier Tage haben wir noch Zeit. Das ist doch schön. Oh, guck mal. Hier haben wir noch einen. Also, ich würde mal sagen, da wir jetzt hier momentan zu siebt sind, geht ihr mir hier auf Aufklärung und Versorgung. Und dann werden wir hier unten mal rekrutieren. Damit ihr euch mal hier ein bisschen auffüllt. Moment, das war schon richtig. Moment, da versagt die Stimme. So, wunderbar. Weiter. Rekrutieren. Und rekrutieren. So, damit haben wir es soweit. Moment. Moment. Oha, Strategieprojekt. Alles klar, holen wir uns erstmal unsere Vorräte. Alex Miller steht zur Rekrutierung bereit. Haben die ihn freigelassen? Nun, dann schauen wir mal. Oh, zwei Schnobis. So, wir nehmen euch beide mal mit. Äh, 120 kosten mir hier die Teile hier. Das ist schlecht. Können wir irgendwas verkaufen? Hm. Na komm, vielleicht verkaufen wir hier noch eine Kleinigkeit. Mh, 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 mh. BKS-Fokus, nur zwei Credits. Alles klar. Na ja, komm. Bestätigen wir mal das Ganze. Dadurch bekommen wir nochmal 30 Vorräte dazu. Dann gucken wir mal, was wir hier bei uns in der Basis rekrutieren können. Ich frage mich, ob Alex freigelassen wurde. Oder ob er entkommen konnte. Vielleicht ist Alex Miller jetzt auch ein Gesichtsloser. Hm. Weißt du was? Diese drei Rookies könnte man auch rekrutieren. Und dann als Versteckberater einsetzen. Weil die gehören ja nicht zu mir. Die habe ich ja nicht selbst erstellt. Natürlich müssen die erstmal hochtrainiert werden. Moment. Fällt mir gerade ein. Waffenkammer? Ne. Technikabteilung. Stellen wir noch ein paar Lasergewehre hier, oder? 20 Vorräte pro Teil. Gut, damit haben wir jetzt... deutlich mehr von dem Zeug. Finde ich gut. Dann können wir weitermachen. Kontakt herstellen eher nicht. Wie lange haben wir hier noch Zeit? Zwei Tage. Dann scannen wir da unten nochmal weiter. Oh, neues Ziel. Äh, drei Stunden. Ähm, bekommen wir wohl nicht hin. Ne. Das ignorieren wir eiskalt. Drei Stunden sind mir eine Stunde zu wenig. In Zeltjahren wurde er ausgebildet. Sehr schön. Da kommt bitte der Nächste dran. Wo sind meine neun Schnubis? Beziehungsweise Alex. Habe ich jetzt zwei Leute mit dem Spitznamen Rattler? Ernsthaft? Hm. Hm. Wächter ist gut. Das Problem ist, dass ich dich erstmal enttarnen müsste. Aber das macht ja nichts. Hm. Wir bekommen 30 Infos dafür, also. Gönnen wir uns auf jeden Fall hier die Verstärkung. 200 Prozent. Los geht's. Und da ist unser Trupp mit Laserwaffen. Gegenstand Bergen sollte soweit klappen. Hoffe ich. Wir sind hier anscheinend an dem Bahnhof. In den Slums. In Peking. Klar fährt da keiner mit dem Zug, wenn da die ganze Zeit nur Güterwaggons rumfahren. Deswegen ist die Straße auch. Oder der Bahnsteig auch verlassen. Weiter. So, Rüstung und Laserwaffen sind im Einsatz. Verstanden. Feindliche Ziele. Hm. Vier Ziele. Umlaufen wird schwierig. Oh. Hi. Nun gut, kümmern wir uns erstmal um diesen Pott hier. Ja, du bist da vorne getarnt. Das passt schon. Ah, du bist ja auch ein Shinobi. Ne, Moment. Was bist denn du? Ah, du bist ein Rekrut. Äh, Gullman. Rückzug. Okay. Ja, hier könnte man eventuell auffliegen. Äh, Detlef, geh mal da oben hingucken. Alles klar. René. Hier hin. Bin schon unterwegs. Marius. Du gehst hier hin. Wir werden alles ausschalten und gut ist. Enco Call hier rüber. Lea hier hin. Okay. So. Schoolman, genau. Ist jeder in Position? Es sind ja nur zwei Pots. Das sollte so weit klappen. Gut, die rücken erstmal ab. Und die laufen uns eiskalt in unsere Falle. So, René. Hm, das ist kein Ziel in Reichweite. Das ist schlecht. Geh mal hier hin. Und los geht's. 94% auf den Offizier. Ähm. Schalten wir den Offizier aus. Ja. Oh. Das hat gesessen. Ziel eliminiert. Mhm. Mit etwas Glück geht dieser Typ hier hin. Naja, nicht ganz. Sie sehen mich. Oh. Nicht dein Ernst. Enco Call. Du flankierst. Leider nur 60%. Aber es reicht aus. Beute. Beute. Coolman. Versuchen wir dir mal einen Kill zu bescheren. Hier könnte ich aus Versehen den Portier triggern. Geh daher hier hin. Dann probier's mal. Nein. Ja, mach das. Marius. Probier's. Ach herrje. Das wird ein langer Tag. Wenn das so weiter geht. Äh, Detlef, komm mal da runter. Brücke vor. 100%. Wunderbar. Wunderbar. Ziel neutralisiert. Mhm. Lea hier in Deckung. Mir entgeht nichts. Na komm, Enco Call. Sicher mir hier mal die Beute. Was kann man denn da schön ist? Hyperaktive Pupillen. Naja, können wir momentan noch nicht gebrauchen. So. Oh. Der erste Schildbeere. Hm? Ist in Ordnung. Abweichung von vier. Aber eventuell treffen wir alle vier. Also probieren wir's eiskalt. Ja. Das hat er nicht kommen sehen. Nun. Äh, Detlef, du gehst erstmal hier hoch. Dann schmeißt du dem da. Genau, deine Axt auf den Kopf. Da freut er sich bestimmt. Und er überlebt's. Na komm, nochmal. Wundervoll. Der wäre weg. Jetzt haben wir nur noch die beiden Spezialisten hier. Du siehst von hier aus leider gar nicht. Geh mal näher ran. Wird's besser? Hm. Vielleicht holozielen auf einen von denen. Kann man ja auch machen. Äh, Lea hier hin. 17%. Und der Discovering Fire. Wäre ja auch nicht schlecht. Äh, Marius. Coolmännchen. Weißt du was? Wir schießen einfach mal mit 49%. Was soll da schon schief gehen? Mhm. Sag ich doch. So, Marius. Von da hinten wirst du es wahrscheinlich gar nicht sehen, oder? Nein. Von hier aus würdest du sehen, aber dann stehst du auch relativ frei. Von hier aus kannst du immerhin nicht flankiert werden. Gefechtsprotokoll wäre interessant. Blendgranate funktioniert so nicht. Eventuell Hilfsprotokoll für Deadlift da oben. So. Du Feldposten. Feldposten. Wir werden sehen. Oh, cool, man. Hast du Glück gehabt? Sie sind einfach überall. Ja, das sind sie. Keine Gedankenkontrolle. Alles dreht sich. Desorientiert ist noch in Ordnung. Ist zwar nicht gut, aber damit können wir leben. Und die Beute würde ich mir gerne mal holen. Ich kann es. Ihr versuch. Ja, versuche es. So. Angu-Call näher ran. Flamme, er versucht es wahrscheinlich aus der Reichweite. Ja. Probieren wir es nochmal hier mit dem Präzisionsschuss. Funktioniert. So. 2 mal 7% ist so gut wie nichts. Leer. Furken. Distanz ist nicht kurz genug. Covering Fire. Covering Fire. Cool, man. Ja. Hm. Genau, warte da oben ab. Marius. Näher ran. Na komm, du hast mir erst genug Blendgranaten. Da können wir schon mal eine einsetzen. Sicher ist sicher. Und langsam müssen wir uns auch mal beeilen. Oha. Hi. Uh, der hat gesessen. So ein Opener wünscht man sich immer. Wenn man es nicht gerade mit einer Million Schlange zu tun hat. Genau, stellt euch neben das Explosive teil. Uh. Wow. Au. Das ist schlecht. Warum zündet der Covering Fire nicht? Moment. Enco Call. Hier hin. Und dann entsorgst du mir mal kürzerhand die ganzen Schlangen hier. Sind selber schuld, wenn die sich dahin stellen. Ähm. Nein. Ähm. Cool, man. Machst du. Weg damit. Jo, die wären erledigt. Hab keine Munition. 100% auf den Sektor. Nehme mal mit. Feuerschutz entfernt. Ziel neutralisiert. Wunderbar. Leia. Leia eventuell näher ran. Ist da oben immer noch desorientiert. Das ist ehrlich gesagt schlecht. Hm. 17%. Na ja. Die Beute können wir knicken, wie es aussieht. Come on, focus. Run low on ammo. 0%. 0%. Gleich könntest du mit Leia holen, aber dann. Dann haben wir ein Problem. Na ja, schieß erstmal. Ist in Ordnung. Und Feldposten. Du bitte auch mal ein Feldposten. Naja, ist gut. Oh, er ist nicht mehr desorientiert. Das ist ein Problem. Oh nein. Puh. Nun gut. Dürfen wir jetzt? Schade um die Beute. Nun gut. Mach ihn platt. 6 bis 8 Schaden. Akzeptiere ich. Und weg ist er. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Hm. Ein Call hierhin. Dann rufst du mir schon mal einen Skyranger. Ja. Hier Firebrand. Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Nun gut. Leia hat noch zwei Schuss. Die Frage ist, haben wir hier noch Kollegen von Advent? Los geht's. Um die wir uns kümmern müssten. Könnt ihr mal gucken, was wir hier als Belohnung bekommen. Accessing System. Kann ja nicht schaden, ne? Ein paar Infos, ein paar Vorräte. Und Verstärkung. Zielsicherheit. Vorratsspeicher. Den Vorratsspeicher hätte ich zwar gerne. Aber ne, wenn dann wieder Verstärkung eintreffen. Muss nicht sein. Muss definitiv nicht sein. rück dementsprechend hierhin vor. Du lädst nach. Gehst hierhin zum Nachladen. Äh, R. Lad auch mal nach. Sicher ist sicher. Ich glaube, wir sind hier soweit durch. Enco Call hierhin. Da komm, nächste Runde. Objektive Position. So. Natürlich. Moment, du solltest dir eventuell bergen. Aus dem einfachen Grund. Weil wir vielleicht da die Prämie noch mitnehmen könnten. Coolman hierhin. Detlef hierhin. Und nachladen. Feldposten. Feldposten. So, da ist unser Taxi. Ja, Bradford. Alles ist gut. Ja, da muss ich wohl ein Jahr ran. So, Kiste hacken. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Widerstandsübertragung. Der Rebell betritt das Versteck. Könnte man mal probieren. Nein. Der hätte sich auch mit jedem anderen hacken können. Aber ist in Ordnung. Kommen wir jetzt noch raus? Nein. Also gut, warten wir ab. Na komm, warte ab. Lia kommt auch raus. Guck mal. Sehr gut. Auch gut. Schlecht. Na komm, wir verschwinden hier. Auch wenn wir die locker platt machen könnten. Musste ja nicht sein. So, wir verziehen uns. Das hier ist noch ein Blue Move. Vielleicht können wir ja noch ein, zwei Kills mitnehmen. Das hier wird leider kein Blue Move. So, cool, man. Du gehst mal bitte auch hier rein. Dann schenken wir den mal Granaten ein. Ne, von dir aus wird das leider nichts. Cool, man. Du vielleicht. Ja, dann könnte man den hier ankratzen. Oh, jetzt hat er keine Deckung mehr. Ja, ja, cool, man. Verzieh dich. 100%. Äh, Lea, du musst raus. Dann schieß mal auf das da. Sehr gut. Und raus. Du kannst die Granate leider nicht viel weiter werfen. Du könntest allerdings hier ein bisschen was zusammenflicken. So, dann verziehst du dich bitte. Ja, Detlef muss auch raus. Und dann haben wir hier noch einen 59%igen Schuss. Sehr gut. Und dann verzieht sich René auch noch. Mission abgeschlossen. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. MN-115, Status bestätigt. Mission erfüllt. Na dann, ab nach Hause. Ja, doch war mal wieder eine relativ ruhige Mission, würde ich mal behaupten. Ja, da konnten wir nicht viel Beute mitnehmen. Die meiste haben wir zerstört. Aber die Schlangen mit einer Explosion auszuschalten, da waren die selber schuld. Ich hätte zwar gerne ihre Beute gehabt. Coolman wird ein neuer Sniper. Leia, Anvisieren, Zielsicherheit. Aha. Pumpgun. Zwei zusätzliche Schüsse, Munition. Unterstützungsfeuer. Na ja, wenn wir die Pumpgun einsetzen werden. Also ich glaube, wir werden sie noch öfters einsetzen. Sobald wir sie brauchen. Dementsprechend holen wir uns da die Munition. Mega Kracher. Ja. Mega Kracher. Ein Zielfernrohr immerhin und ein Schalldämpfer. Und die hyperaktiven Pupillen. Natürlich nicht vergessen. So, Waffenkammer. Ach ja, ich muss meine Shinobis hier noch skillen. Gnadenlos. So, Alex, wie ist es dir eigentlich bei dir in Advents ergangen? Haben die dich gut behandelt? Keine Reflexschüsse auslösen für den Fall der Felle. So. Loop. Gnadenlos. Hm, da kämpfen wir jetzt ja auch nicht schlecht. Lone Wolf. Ist für ein Schnobi vielleicht auch nicht verkehrt. Aber nö. Die ganzen Sentrys da bedenke. Und es ist so doch schon ein bisschen besser. Haben wir gegenwärtig eine Mission am Laufen? Spielt eigentlich keine Rolle. Darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich mal fürs zu gucken. Wünsche mir auch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.